Du hast ja einen Key für das zweite Alpha-Wochenende von Fallout geholt, doch kannst trotzdem noch nicht zocken? In diesem Video erfährst du, warum der Start der Alpha verlegt wurde und wann wir nun endlich zocken können. Bleib dran! Hey Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin der Chris und ihr seht Sharks. Ja, nun sollte es ja eigentlich schon seit mehreren Stunden soweit sein. Das zweite Alpha-Wochenende von Fallout sollte längst gestartet haben und wir sollten schon wieder das Schlachtfeld auf Agorah unsicher machen und unser geliebtes Paragon spielen. Doch die Server sind noch immer down. Woran liegt das und wann ist es nun endlich soweit? Da ich vor allem im Discord von StrangeMatter Studios Verwunderung und Empörung dazu gesehen habe, möchte ich dir kurz und knackig die Umstände um dieses Thema erklären. Seit der letzten Alpha wollte das Team eigentlich schon viele weitere Verbesserungen in das Spiel mit einfügen und das Spiel somit auf die Version 2.0.0 bringen. Zu den neuen Verbesserungen zählten unter anderem der neue Itemshop und das neue HUD und noch ein paar andere Verbesserungen, die ich euch leider noch nicht sagen darf. Die werdet ihr aber sowieso herausfinden, sobald die Alpha startet. Außerdem sollte das Problem mit der großen Serverbelastung in der neuen Version behoben werden, doch mit der Zeit hat sich das Team in all diesem Update wohl ein bisschen übernommen. So konnten sie es leider noch nicht schaffen, zum Start des zweiten Alpha-Wochenendes dieses große neue Update mit reinzufügen. Doch da sie mitbekommen haben, dass sie das neue Update nicht so schnell in das Spiel reinbringen werden, wollten sie zur letzten Version zurückgreifen und diese erstmal für das zweite Alpha-Wochenende starten. Da die frühe Version aber nicht 10.000 Leute unterstützen kann, funktioniert dies also auch nicht, weshalb sie nun doch daran tüfteln, für das zweite Alpha-Wochenende endlich die Version 2.0.0 in das Spiel zu integrieren. Daher muss der Start der Alpha wohl noch etwas verschoben werden und die Fans müssen sich noch für ein paar Stunden gedulden. Wie lange der Delay jetzt nur noch anhalten wird, wissen wir nicht genau. Ich kann euch nur raten, ein Auge auf den Discord von Strange Matter Studios zu werfen. Dort könnt ihr nämlich im Announcements-Tab alle Neuigkeiten lesen und müsst nicht sinnlos im Chat spammen und nach Ding-Fragen, die sowieso bereits beantwortet wurden. Für den Delay der Alpha werden sie natürlich aufkommen, deswegen sollen alle Leute, die einen Key für das zweite Alpha-Wochenende bekommen haben, auch dementsprechend länger spielen können. Der Zugang für sie wurde dementsprechend also einfach nur etwas nach hinten verschoben. Keine Sorge, ihr werdet deswegen also nicht weniger Spielzeit bekommen. Das sollte einfach nur ein kurzes Infovideo am Rande sein, für die Leute, die nicht wissen, wo sie sich Informationen beschaffen sollen. Deswegen vermerke ich nochmal, geht einfach auf den Discord von Strange Matter Studios und guckt im Announcements-Tab. Normalerweise lade ich montags und donnerstags 17 Uhr Videos hoch, es sei denn es gibt Neuigkeiten und da ich auch das zweite Alpha-Wochenende mitspielen werde, werde ich natürlich auch dazu mehr Videos hochladen. Das soll's für jetzt gewesen sein, ich bin raus, also so wie immer, danke fürs Einschalten und habt noch einen wundervollen Tag.